...für den HTHC. Wow! Und auf der anderen Seite klingelt's. Furiosa Auftat. Florian Scholten mit dem 1 zu 0 für Rot-Weiß Köln. Nach gerade mal 30 Sekunden. Hier hatten sich einige noch gar nicht hingesetzt. Da klingelt's schon. Wahnsinn! Ja, die lassen ja auch gar nichts anbrennen. Da geht's direkt los.